so ich stehe nun hier in der meidlinger hauptstraße beim haus 7 bis 9 das ist der blick von der meidlinger hauptstraße zur u-bahnstation meidlinger hauptstraße u4 und das ist jetzt die wohnung meidlinger hauptstraße 7 bis 9 stiege 3 7 der stock tür 25 toilette die voll ausgestattete küche mit eiskasten herd geschirrspüler und waschmaschine das ist das große wohnzimmer mit der verbauten loggia das ist die loggia und von hier aus genießt man einen wunderschönen blick über die stadt wien von kalmberg bis zur stefanskirche karlskirche und bis zum wiener berg und das ist jetzt der zwischengang zu den schlafräumen zur garderobe und zum badezimmer das badezimmer mit separater dusche das erste schlafzimmer und das zweite schlafzimmer und die garderobe bis zum wiener bergene